Wer wie was? Sie als Fuhrparkmanager tragen viel Verantwortung. Sie koordinieren und planen, behalten alles rund um die Fahrzeugorganisation im Überblick. Unter anderem auch die regelmäßige Kontrolle der Führerscheine Ihrer Fahrer. Doch wie Sie wissen, die manuelle Führerscheinkontrolle ist zeitaufwendig und dadurch teuer. Außerdem ist sie nicht sehr zuverlässig, kann ihren Versicherungsschutz kosten, Geldbußen nach sich ziehen und im schlimmsten Fall sogar zu Haftstrafen führen. Setzen Sie auf mehr Transparenz und Sicherheit und gewinnen Sie dabei Zeit für andere Aufgaben im Fuhrpark. Mit LabID, der elektronischen Führerscheinkontrolle. Wie das funktioniert? Sie benötigen dazu lediglich unser LabID-Siegel, das Sie bei Registrierung Ihrer Fahrer auf den Führerschein anbringen. Die patentierte Technologie macht das System fälschungs- und manipulationssicher. Ab jetzt können Ihre Fahrer die Führerscheinkontrolle einfach selbst erledigen. Bei einer Prüfung des Führerscheins an einer Prüfstation wird die Siegelnummer verschlüsselt an das LabID-Rechenzentrum übermittelt. Deutschlandweit sind über 1200 Prüfstationen installiert. Außerdem, mit LabID bleiben Sie flexibel. Das System funktioniert sowohl mit als auch ohne Smartphone. Viele namhafte Kunden vertrauen bereits auf den Marktführer. Entscheiden auch Sie sich für die sichere Seite im Fuhrparkmanagement. Kontaktieren Sie uns unter www.labid.de Einfach. Automatisiert. Sicher. Jos, laur Sie sicheren, wie wir nun